Das hat eine sehr hohe Bedeutung hier, oder? Goldig. So, wir sind hier im Golfbereich, immer unschwer eingefasst. Das ist natürlich für die Gäste die Gäste trotzdem an den Rassstationen markt, auch wenn sie auch hoher See sind. Wir haben hier einen Reihen auf der Europa 2 und zwei Gold-Simulatoren, das heißt, man kann das einstellen. Die Gäste können sich in die Liste eintragen, wenn sie das selbst bedienen möchten und können hier einfach üben, das ist dann auch kostenlos. Sie können natürlich einen Personal Trainer, ich sehe, John ist mit an Bord, unser Schottel, der fährt auf der Europa und auf der Europa 2 immer als Golfpro immer fest mit. Aber wir haben natürlich immer auch Golfreisen auf der Europa und auf der Europa 2. Das sind besondere Reisen, wo wir Golf an Land spielen mit den Gästen. Sprich, das sind dann immer meistens drei, vier Golfplätze, die stehen aber auch immer im Preistall hinten drin, wo gespielt wird. Ob das drei oder vier sind, das ist ein Aufpreis. Das heißt, die Gäste bekommen aber dann auch so Serviceleistungen, dass das Golf gibt.